Seid gegrüsst Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima, hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Schrein zu, und zwar geht es um den Schrein am Schildkrötenfels. Hm, keine Zeit für Geplanken momentan. Hier ist auch der Vultureknopf. Hm, okay, wir gehen hier auf einen Schildkröten. Oh, oh! Oh! Hm? Okay, na gut, hier komme ich von hier weiter. Okay, das war ein bisschen riskant, aber... Naja. Okay. So, rauf mit dir. Hm, okay. Oh, du machst das wirklich gut, Gene. Oh mein Gott. Das Spiel treibt mich zur Verzweiflung. Oh, wie doch immer. Es fängt immer an zu regnen. Gut. 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 Oh... So, der Schrein ist hier oben. Wir probieren nochmal, unser Glück. So, der Schrein ist hier oben. So, aber das dürfte es gewesen sein für diese Kletterpartie. So, der Schrein ist hier oben. So, der Schrein ist hier oben. Okay, wenn wir schon hier sind. Verwertung verfügbar für den langen Bogen. Okay, das mache ich nachher dann gleich. So und nun mein guter Jin. Okay und das war es nun auch schon für diesen Schrein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.